war das eine lange nacht die halbe nacht noch durchgesucht nach dem blumen für den alten mann ja und jetzt heißt das erste mal zurückgehen ob ich den weg zurück finde essen das ist ganz wichtig davon habe ich ja nichts mehr auch nein es wird nacht gar nicht gut aber ich brauche noch ein paar blumen ich habe doch nicht alle zusammen aber hier wachsen wieder welche schauen ob hier welche dabei sind scheint mir aber nicht so schade was da steht schon wieder so ein großer baum bin ich denn schon wieder bei uns das kann noch gar nicht sein ach ich müsste mir mal irgendwie licht machen oder so eine art fackeln dich lasse ich in ruhe oh gott ihr seid hier gleich zu dritt was ist das das kriegt man auch von diesen spinnen ok ok das ist ein baum was ist ok was du hast hunger dann komm her oh gott mal ganz kurz was zum henker äh ja was ist was wieso ist unter dem baum ne kiste und was was sind das für sachen ok äh ähm ein buch interessant aber was will ich alles damit das nehmen wir auf jeden fall mit das wird bestimmt der waffenschmied brauchen äh 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 das werden wir uns mal merken das versteck also ich glaub das wär mal ein ander mal holen ach ne ach ne da kommt schon wieder sowas an hallo lasst mich ach gott sind hier viele monster hilfe hilfe lasst mich bitte in ruhe hallo nein was willst du jetzt äh hallo 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 ich geh ins gleich hallo hilfe oh gott ich muss ganz dringend nach hause ich hab nicht mal ein zuhause oh gott hier sind schon wieder so ne oh hilfe 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 ah lass mich in ruhe ich dachte das wär mir so ne großen blumen naja sind die falschen was ist das für ein wald der sieht schön aus hui äh okay ach ne da ist schon wieder so ein monster äh ich brauch ganz viel essen 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 oh das hat mich nicht gesehen was ein glück hui was ist das das ist ein haus das ist ein haus uuhh monster uuhh noch mehr monster lasst mich lasst mich hallo 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 ist hier je uuhh da ist noch ein monster hallo uuhh 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 ich geh einfach mal rein uuhh 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 hallo 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 uuhh ganz schnell weg ich brauche Hilfe okay da standen Häuser und da war niemand drin das ist seltsam hier ist schon wieder so ein komisches Teil nee das fasse ich nicht nochmal an das letzte ist kaputt gegangen oh Gott ich brauche echt ich muss zurück da ist der Opa das heißt da hinten da hinten wohnen wir ja da töte ich sogar dich dafür lasst dich töten du Kackvieh ich habe deine Blumen noch nicht äh hallo äh und hast du gefunden ja ich habe gut Blumen gesammelt aber ich habe noch nicht alle zusammen ich habe leider keine gefunden oh und der Melvin das weiß ich leider nicht doch 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 warte mal wir hatten gestern Abend noch gesprochen ähm er hat auch ne ordentliches Stück gefunden aber wo er jetzt momentan ist weiß ich leider nicht okay ähm ja ich das heißt so dass wir weitersuchen müssen also mir fehlen nicht mehr viel ich denke mal noch so von der einen Sorte fünf sechs Stück und von den anderen jeweils zwanzig aber auf dem Weg hierher habe ich was äh gefunden was denn ähm haben sie gerade Zeit äh ja ja okay dann also die anderen schlafen momentan alle okay dann folgen sie mir einfach folgen sie mir einfach mal sie werden es bestimmt schon sehen da hinten oberhalb oberhalb vom Baum dort das das war gestern noch nicht da eigentlich oder habe ich da was übersehen also wo ich von den äh von den Monstern geflüchtet bin bin ich hier äh hinter dem Berg lang gerannt und ja da habe ich das gefunden aber da scheint niemand da zu sein niemand da ne die Häuser sind komplett leer aber da stehen so komische Glaskasten mit Essen drin Glaskasten sie sind Feuer und Flamme so wird das meine Rüstung ganz gut ja meine ist schon fast kaputt durch die ganzen Monster ich glaube meinen Helm habe ich irgendwo verloren ich weiß es leider nicht hallo sie können ruhig reingehen ich war schon drinnen in den Häusern da ist überhaupt niemand da ist überhaupt niemand niemand nein warum ist hier niemand da ich meine also entweder sind die äh keine Ahnung irgendwo unterwegs oder weil in den Betten liegt ja niemand drin aber es können doch nicht alle von dem hier weg sein die das also bei zwei Häusern und vier Betten oh lecker Tomaten ich habe sie gerade mit einer Tomate abgeschossen sie tropfen das ist nicht ne ich weiß das war aus Versehen naja warum das hier sind diese Glaskästen hier ist ein Fisch dran warum wer hat das aufgebaut und ist nicht hier das ist eine gute Frage warum aber bewohnt sein muss es weil sich dieses Windrad dreht aber es sieht schön aus ist es 늦 oder ist ein das weiß ich leider nicht also ich hab das schon so leer aufgefunden aber wenn wir schon mal hier sind könnte man ja eigentlich in die richtung in den wald gucken vielleicht findet man noch ein paar blumen ja denn wenn ich richtig gesehen habe es sind dahinten noch welche auch was war das ach hier diese au 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 die verfolgen mich die hier genau die großen also ich kann es gerne machen also von denen brauche ich nur noch zehn stück sieben stück brauche ich von denen noch sieben von den großen roten noch 22 und sieben stück von den anderen rosa farben denn da hinten ist so ein riesengroßer wald mit großen pilzen da habe ich gestern eigentlich schon geguckt aber okay weil wenn sie hier waren warum haben sie dann da hinten die roten blumen nicht gesehen welche die dort hinten sind da 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 Das war's.